Oh, und alle Herzen sind im Ausnahmezustand. Wildtätigkeit hat bei den Eiern eine lange Tradition, nicht nur zu Weihnachten. Ich hab davon gehört. Und ich nehme an, diese Idee hier stammt von Sophie? Das stimmt. Dann kommt sie sicher auch noch vorbei. Ich wurde an den Eiern geleckt, es tut mir leid.